Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte mich zum Ende des Jahres dann doch wenigstens noch einmal per Video bei euch melden und signalisieren, dass der Kanal doch noch nicht ganz tot ist. Die, die vielleicht hier und da mal auf der Homepage vorbeigesehen haben, haben doch mitgekriegt schon, dass ich noch weiterhin aktiv bin. Nur zu Videos fehlte mir einfach privat derzeit absolut die Zeit, aber jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, mir die Zeit jetzt einfach noch einmal einzuräumen. Die meiste Zeit verbringe ich eigentlich, wenn ich zum Basteln und Programmieren komme, derzeit damit, mich um die V2 zu kümmern. Auch da komme ich leider nicht so voran, wie gehofft oder geplant. Also erste Quartal 2018, eine Beta, wird sehr, sehr eng, kann ich schon mal direkt vorwegnehmen. Das soll aber gar nicht Thema werden von dem Video, sondern ich habe mich jetzt die letzten Tage ein bisschen damit befasst, den Funksender zu erweitern. Die Erweiterung des Funksenders habe ich soweit auch schon auf der Homepage publiziert, für die, die das noch nicht gesehen haben. Da könnt ihr dann einfach mal auf der Startseite einen Blick drauf werfen. Das ist auf der Startseite mit einem kleinen Post verlinkt. Da habe ich auch schon eine kleine Anleitung zur Erweiterung geschrieben. In der Anleitung gehe ich auch noch ein bisschen darauf mal ein, wie ein neuer Funksender einzubinden ist, weil das wäre für diesen Fall dann notwendig. Ja, aber wieder zurück zum Thema, worum geht es in diesem Video. So, einmal habe ich den Funksender erweitert, wie gerade schon erwähnt. Und zwar ist es jetzt damit möglich, beliebige 433 MHz Signale zu schicken. Soll heißen, das Smart Home Yourself System bietet zur Zeit nur die Möglichkeit, kodierbare Steckdosen, also Funksteckdosen anzusteuern oder eben Intertechno-Geräte. Da mich das selber so ein bisschen gestört hat, weil ich eben zum Beispiel auch eine Leinwand bei mir im Wohnzimmer hängen habe, die mit 433 MHz arbeitet, aber eben nicht kodierbar, also konnte ich die nicht ansteuern. Das hat mich jetzt aber so gestört, dass ich mich da jetzt endlich mal drangesetzt habe. Die Lösung funktioniert wunderbar und die möchte ich euch natürlich auch nicht weiter vorenthalten. Da kann ich direkt noch einen draufsetzen und zwar habe ich zusätzlich noch die Infrarotsteuerung angefangen oder eigentlich auch schon soweit beendet. Heißt, ich bin jetzt auch in der Lage, von der Haussteuerung aus ein Infrarotsignal zu schicken, um zum Beispiel den Beamer einzuschalten. Ich würde euch jetzt einfach mal kurz zeigen, wie funktioniert das Ganze, was müsst ihr dafür tun, um die Erweiterung bei euch zu Hause auch zu verwenden. Und ja, ich denke, der interessanteste oder der schwerste Teil ist eigentlich, das Funksignal auszulesen bzw. den Infrarotcode auszulesen. Auch dafür habe ich ein kleines Arduino-Sketch geschrieben, einen kleinen Arduino aufgebaut, der eben Infrarotsignale einlesen kann, der auf die 433 MHz Signale lauscht. Ich habe ein kleines 0,96 Zoll OLED-Display einfach mal drangehangen, was mir dann immer den eingelesenen Code oder den zuletzt empfangenen Code auf dem Display ausgibt. Wer kein Display zur Hand hat und sagt, na komm, das brauche ich nur zweimal und danach brauche ich das nie wieder, da ist mir das Display egal. Serielle Ausgabe alleine funktioniert natürlich genauso. Fürs Video ist das mit dem Display, denke ich, aber etwas angenehmer als mit dem seriellen Monitor. Ja, und ich merke, ich verquatsche mich hier schon wieder, weil ich einfach die letzte Zeit viel zu wenig vor der Kamera geredet habe und jetzt wieder in den Redefluss verfalle. Genau das wollte ich aber nicht. Es soll eigentlich ein kurzes Video werden und ich bemühe mich auch einfach mal, mich dran zu halten. Insofern, wir starten jetzt einfach mal mit dem Thema Infrarot-Sender und 433 MHz-Sender. Ja, hier seht ihr jetzt die Komponenten, um die es in diesem Video geht. Und zwar haben wir hier einmal ganz simpel einfach nur ein Arduino mit einer Netzwerkkarte dran und eine Infrarot-LED. Das war es eigentlich auch schon vom Hardwareaufbau, also ich glaube, da muss man nicht wirklich viel mehr zu erzählen. Der ist eigentlich vom Prinzip her wie der Funkempfänger, den die meisten hier auch schon kennen. Und zwar empfängt er einfach sein Schaltkommando per Netzwerk und sendet das dann per Infrarot wieder raus. So, und das hier ist ein kleines Gerät, was ich mir einfach mal zusätzlich noch gebaut habe, damit ich auf der einen Seite hier mit diesem Infrarot-Scanner oder Laser die Infrarot-Kommandos von zum Beispiel so einer normalen Fernbedienung vom Fernseher auslesen kann, damit ich in meinem Fall jetzt unten den Beamer ein- und ausschalten kann. Und hier habe ich einen 433 MHz Empfänger noch draufgesetzt, damit ich zum Beispiel 433 MHz Funksignale von meiner Leinwandfernbedienung abgreifen kann und diese dann am Funksender auswerten und verschicken kann. Ich würde sagen, wir geben dem Scanner als erstes einfach mal Strom. Dann seht ihr hier, initialisiert das Ganze. Und jetzt ist er betriebsbereit. Wenn ich jetzt mal hier die Fernbedienung dazu nehme, wie sehe ich das am besten? So ist glaube ich besser. Wenn ich jetzt die Fernbedienung dazu nehme und hier auf den Knopf drücke, dann seht ihr hier unten 433 MHz Code 9518065. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel die Stopp-Taste drücke, ist es die 8066. Runter möchte ich jetzt nicht, weil dann kriegen meine Katzen unten wieder einen Rappel. Aber das Prinzip ist, denke ich, klar. So und genauso würde das jetzt auch funktionieren, wenn ich jetzt hier mit der Infrarot-Fernbedienung vor diese Lese-LED gehe, dann sagt er hier jetzt Infrarot-Code. Oder für rechts, oder für runter, oder für OK. Was mir hier aufgefallen ist, hier gibt es immer mehrere Codes. Da muss man dann einfach mal gucken, eventuell ein bisschen durchprobieren. Bei der Power-Taste sieht man auch schon, es wiederholt sich zwar irgendwann wieder, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das einfach ist, wenn ich die Taste gedrückt halte, dann läuft es ja auch immer wieder durch. Da müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Also bei mir hat es eigentlich aber immer ziemlich auf Anhieb funktioniert. Das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, wie ihr die nachher benötigten Codes einfach mal auslesen könnt. Das Sketch findet ihr auch im Download-Bereich, ist auch wieder im GitHub. Insofern einfach ganz normal den Funkempfänger, die IR-Diode hier, also den Infrarot-Laser und das Display, wenn ihr wollt. Alternativ habe ich alles, was hier auf dem Display ausgegeben wird, wird auch nochmal auf den seriellen Monitor ausgegeben. Also von daher, ihr könnt das Ganze auch einfach am PC angeschlossen lassen und euch einfach nur da auf dem Bildschirm ausgeben. Nur fürs Video fand ich es jetzt angenehmer, es zumindest mal so im Display zeigen zu können. So, das war das eine. Das war jetzt aber erstmal nur ein bisschen vorgeplenkelt, wobei ihr da ja jetzt noch gar nicht wisst, wofür das Ganze ist. Oder zumindest noch nicht gesehen habt, wo das Ganze einzutragen ist. Dazu gehen wir jetzt erstmal in die Haussteuerung. Nochmal zur Erinnerung, also Ziel ist es, fangen wir jetzt einfach mal an mit einem Beispiel Funksender. In meinem Fall ist das dann die Leinwand. Die arbeitet mit 433 MHz, ist aber nicht kodierbar. So, das Signal, einmal zur Erinnerung, ist die 9518065. Das lassen wir jetzt auch hier mal einfach so auf dem Display stehen. Ich lege das nur mal beiseite. Dann gehen wir jetzt in der Haussteuerung, in die Einstellungen. Und was jetzt als erstes mal wichtig ist, ihr bräuchtet einen dynamischen Funksender. Wie auch immer ihr den letzten Endes nennt, ist natürlich euch überlassen. Eigentlich könnt ihr, wenn ihr den Standardfunksender, egal ob mit oder ohne Bluetooth-Switch habt, einfach nehmen und das geupdatete Sketch einfach da drauf spielen. Also ich habe einfach die beiden Standardfunksender-Varianten genommen und die um eine Zusatzfunktion erweitert. Und zwar habe ich da jetzt einfach gesagt, alle Funkbefehle, ich glaube, die größer sind als 1000, weil die Haussteuerung benutzt ja nur bis ID 400 oder so oder 369, ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf. Das heißt, alles über 1000 muss dann ein manuell eingegebenes Funkkommando sein. Und wie wir hier sehen, das ist ja jetzt auch eine achtstellige Ziffer, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenstellig. Okay. Ist auf jeden Fall größer 1000. So, und dafür brauchen wir diesen dynamischen Funksender. Wie ihr seht, der hat bei mir jetzt hier auch die gleiche IP wie der normale Funksender. Und wenn wir jetzt da mal uns die Konfiguration ansehen, hat der hier als Standardtyp eigene Funk-IDs. Die Sendertypen werden definiert im Bereich Parameter. Dann kann ich mir hier oben den Wert raussuchen. Dann habe ich hier den Sendertypen für eigene Funk-IDs. Wie wir hier sehen, der hat nur den Parameter Schalte, genau wie der Funkempfänger selber auch. Der Unterschied ist aber, hier gebe ich keine Zahlen an, sondern hier gebe ich einen String an. Weil der Funksender hat jetzt entweder Funk-ID inklusive oder ohne Bluetooth-Switch. Der ohne hat halt weniger Nummern zur Verfügung. Inklusive kriegt dann nochmal, ich weiß nicht, 50 Nummern oder so mehr. So, in dem Fall haben wir jetzt aber gesagt, String, damit ich hier wirklich frei eingeben kann, was ich möchte. Und wenn man sich das jetzt mal in der Gerätsteuerung anguckt, ich lege jetzt hier einfach mal ein neues Gerät an. Sag mal, Test, Leinwand. Das Logo ist eigentlich egal, aber ich nehme mal eine Steckdose. So. Und jetzt müssen wir hier halt darauf achten, dass wir auch den richtigen Sender nehmen. Dann nehmen wir den dynamischen Funksender und sagen Speichern. Und jetzt sehen wir, haben wir hier nicht mehr die Auswahlliste, sondern ein Eingabefeld, weil wir jetzt eben ja Text gewählt haben, also String und nicht mehr die Zahlen. Also können wir auch keine Zahlen mehr auswählen, sondern können hier jetzt was eingeben. Und da sagen wir jetzt einfach 9518065. Das ist die ID, die wir eben ausgelesen haben für die Taste rauf. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal in der Steuerung an. Und dann haben wir jetzt hier Test, Test, Leinwand. Und jetzt haben wir natürlich hier noch den gleichen Code stehen, deshalb ich schicke jetzt gerade mal eben einfach nur ein anderes Signal. So, und wenn ich jetzt unseren gerade angelegten Eintracht Test, Leinwand aktiviere, sehen wir hier, kommt wieder der eben eingetragene Code als Funksignal an. Das heißt, das ist genau der gleiche Code, den ich auch mit dem Taster von der Fernbedienung auslöse. Insofern würde jetzt auch die Leinwand rauf fahren. Wie den meisten wahrscheinlich jetzt schon aufgefallen ist, ich habe hier nicht mehr an und aus, sondern nur okay. Das ist der einzige Haken, der noch in der V1 besteht. In der V2 habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche hier noch einen zweiten Knopf und dem kann ich den zweiten Wert hinterlegen. Die V1 bringt diese Funktion leider nicht und da werde ich diese Funktion auch nicht mehr einbauen. Das wird zu kompliziert. Das heißt, in dem Fall müsst ihr wirklich für jedes Kommando, was ihr braucht, leider ein neues Gerät anlegen. Seht ihr zum Beispiel hier unten in der Aussteuerung habe ich das gemacht für meinen Beamer. Da habe ich jetzt auch Beamer ein und hier drunter Beamer aus. Bezieht sich in dem Fall auf den Infrarot, ist aber das gleiche Prinzip jetzt hier bei den 433 MHz Codes. Die andere Variante ist, dass ihr euch selber ein Sketch schreibt, was auf Funksignale reagiert und diese dann entsprechend umwandelt oder was die Schaltbefehle entsprechend anders auswertet, wo ihr dann meinetwegen sagt, okay, das ist weiterhin einfach nur ein normales Gerät XY. Das heißt, der schickt eine Funk, der sagt dann dem Gerät, schalte 50 und bei 50 sendet der halt ein besonderes Signal. Wie auch immer, da kann man natürlich jetzt die ganzen Sachen beliebig modifizieren. Wer da noch Ideen oder Hilfestellungen braucht, der kann sich gerne auch an mich wenden. Das wäre auf jeden Fall so die grobe Vorgehensweise. Jetzt können wir das Ganze gerne auch nochmal eben mit einem Infrarotsender machen. Und zwar nehmen wir dann nochmal hier die Fernbedienung. Ich leuchte hier einmal kurz rein und dann sehen wir hier, habe ich hier jetzt meinen IR-Code. Dann fangen wir wieder hier an. Gehen hier hin, haben hier einen Infrarotsender im Wohnzimmer. Und ich mache hier eben auf Bearbeiten. Eigentlich sehen wir es auch hier schon, aber auch der, arbeitet mit dem Prinzip eigene Funk-IDs. Eigentlich müsste man sagen, eigene Codes, weil in dem Fall ist es kein Funk, sondern IR. Habe ich nur der Bequemlichkeit halber, weil ich keine Lust hatte, neuen Typen anzulegen. Weil es geht letzten Endes nur darum, ich brauche den Parameter schalte und der muss einen beliebigen String in Empfang nehmen. Und genau das steckt ja in dem eigenen Funk-ID schon drin. Das heißt, wir haben jetzt einen Sender, Infrarot. Mit der IP und, und, und. Das ist halt anzupassen an eure Einstellungen. Hier wählt ihr also einen Typ, der den Parameter Schalte hat und als Parameter-Typ ein String. Und dann ist es letzten Endes wirklich genau das Gleiche. Also ich sitze jetzt mal daneben, sonst suche ich nachher wieder. Das ist die R. Jetzt auch mal eine Steckdose draus und sagen Infrarot Wohnzimmer. Das heißt, der hat jetzt genau genommen die gleiche Konfiguration wie der dynamische Funksender. Was sich ändert oder geändert hat zu dem Funksender ist halt die IP-Adresse jetzt in dem Fall. Weil es halt wirklich ein neues Gerät ist und da hängt jetzt so ein Gerät am anderen Ende hinten dran. Also der empfängt hier einfach nur den Schalteparameter und gibt den Code dann hier per Infrarot auf der anderen Seite aus. So, und hier bei Schalte würden wir dann die 4274783953 eintragen. Speichern. Und dann sieht das natürlich auch wieder genauso aus. Also, wenn ich auf die Steuerung gehe. Dass wir hier dann den OK-Button haben und könnten hier drüber dann das Infrarotsignal auf diesem Sender auslösen. So, dann werfen wir mal eben noch einen kleinen Blick in die Sketches. Und zwar, das hier wäre jetzt einmal das Sketch von dem Infrarot und Funk-Lesegerät. Also von meinem kleinen Scanner. Ich habe hier eigentlich in den Kommentaren auch schon direkt eingefügt welche Pins zu beachten sind. 5 Volt und Ground ist natürlich klar bei den ganzen Empfängern. Aber die 433 MHz der Datapin muss an 2. Das Display, wenn ihr eins verwendet an SCL und SDA. Das sind jetzt beim UNO zum Beispiel der A4 und A5. Und der Infrarot-Empfänger ist an Pin 7. Dann könnt ihr hier noch angeben nutzt ihr überhaupt ein Display oder nicht. Wenn nicht, müsst ihr hier das True einfach auf False ändern. Dann muss man dem Display, wenn es denn verwendet wird, noch eine I2C-Adresse geben. In der Regel ist die bei den kleinen OLEDs 0x3c. Sollte das nicht so sein, googelt mal nach I2C-Scanner. Da gibt es fertige Sketches, die einfach diese Adresse auslesen. Die werden dann über den seriellen Monitor ausgegeben. Und dann müsst ihr die einfach nur hier reinkopieren. Aber ich habe jetzt 4 Stück von den Displays hier liegen. Und da war es immer diese Adresse. Von daher, ich gehe mal davon aus, die passt, wenn ihr es überhaupt verwendet. Ja, mehr zu konfigurieren gibt es hier auch nicht. Also insofern, eigentlich kann man auch sagen, wenn man sich an die Pin-Belegung gehalten hat, kann man einfach anschließen und loslegen. So, soviel zu dem Auslesen des Ganzen. Und der Infrarot-Sender. Der ist, wie gesagt, eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie der Funksender. Ja, hier könnt ihr eigentlich nur eingeben, soll der serielle Ausgabe machen oder nicht. Also das Einzige, was hier noch in der Setup anzupassen wäre, wäre eigentlich der Block. Da müsst ihr natürlich an euer Netzwerk anpassen. Ja, wie ihr seht, eigentlich gar nichts Großes. Keine großen Änderungen, keine großen Konfigurationen oder Aufbauten nötig. Trotz allem, denke ich, bringt uns das Ganze nochmal einen großen Schritt voran. Und von daher wollte ich euch das jetzt auch nicht vorenthalten. Und ja, vielleicht kann ich so dem einen oder anderen ja noch ein kleines Weihnachtsgeschenk bereiten quasi. Ich denke, jetzt in den nächsten Tagen wird die Familie erstmal im Vordergrund stehen. Aber der ein oder andere hat sicher auch Urlaub und von daher bot sich das Ganze an, jetzt auch zu Weihnachten noch zu veröffentlichen. In diesem Sinne wünsche ich euch und eurer Familie natürlich auch erstmal eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Feiertage, genießt die Auszeit, schaltet mal ab. Ich denke, das sollte an Weihnachten ja wirklich mal im Vordergrund stehen. Aber für die Leute, die auch noch Urlaub haben, die haben dann vielleicht jetzt doch nochmal eine kleine Beschäftigung. Gebt mir gerne Feedback. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch immer gerne über das Support-Formular an mich oder über die Support-E-Mail-Adresse. Das wäre dann support-at-smart-home-yourself.de Parallel könnt ihr natürlich auch gerne noch das Forum nutzen, aber da sage ich direkt, da bin ich eher etwas, sagen wir mal, zurückhaltender. Also ich gucke immer mal rein, aber das war ja in erster Linie auch, damit die User sich untereinander austauschen können. Dann fällt mir ein, habe ich noch eine Ankündigung und zwar gibt es ein neues Image, der V101. Der aktuellste Stand ist zwar 112, aber da ich mich nicht selber darum gekümmert habe, sondern der Markt mir das abgenommen hat, an der Stelle auch nochmal vielen Dank dafür, haben wir jetzt ein funktionstüchtiges Image der Version 1.0.1 online. Das könnt ihr euch jetzt über den Download-Bereich auch einfach runterladen. Da ist kein Update oder ähnliches mehr notwendig. Ihr müsst nur noch die IP-Adresse an euer Netzwerk anpassen und dann ist das System sofort einsatzbereit. Das ist genau der Stand, der bei ihm auch im Einsatz ist und problemlos läuft und das ist meiner Ansicht nach so der User, der mir bekannt ist zumindest mit den größten Erweiterungen und dem größten Funktionsumfang und von daher bin ich mir da auch ziemlich sicher, dass dieses Image auch passen wird. Sollten noch Probleme auftreten, wie immer, meldet euch gerne, aber ich sage mal, das Image sollte jetzt endlich mal problemlos out of the box funktionieren. Vielen Dank an Marc, der mir in letzter Zeit wirklich schwer unter die Arme gegriffen hat, mir Arbeit abgenommen hat, wo er nur konnte. An der Stelle vielleicht mal ein bisschen Werbung für alle, die autobegeistert sind. Schaut doch einfach mal auf mr-carsolutions.de vorbei. Und da das Video jetzt schon wieder viel länger geworden ist als ursprünglich geplant, mache ich jetzt einfach kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch allen noch schöne Feiertage, frohes Fest, genießt die besinnliche Zeit mit eurer Familie, euren Freunden. Ich halte euch auf dem laufenden Widerstand bei der V2-Entwicklung ist und wir sehen uns dann, ich denke mal, im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne, guten Rutsch, bis zum nächsten Video. Ciao!